In diesem Video geht es um die Beziehung zwischen Schomsky-Drei-Sprachen und den Grammatiken und den regulären Sprachen. Wenn man diese Beziehung so ein bisschen untersuchen möchte, ist es geschickt, einfach mal eine Grammatik herzunehmen und zu gucken, was tut diese Grammatik eigentlich. Deswegen nehmen wir einfach mal so eine Beispielgrammatik her, so wie diese hier, und wir fangen einfach mal an abzuleiten. Wir nehmen die erste mögliche Regel, in der können wir S durch AS ersetzen. Das machen wir dann mal. Nehmen wir diese Regel vielleicht nochmal, machen nochmal die gleiche Ersetzung. Nehmen wir nochmal diese Regel. Okay, jetzt haben wir diese Regel häufig genug angewendet. Naja, entscheiden wir uns mal eine andere Regel auszuprobieren. Nehmen wir diese Regel, kommen zu einer anderen Satzform und so weiter. Wir stellen diese Stelle schon etwas fest. Und zwar, dass in der Ableitung, in der Satzform, in jeder Ableitung, in jedem Ableitungsschritt steht immer genau ein Nicht-Terminal und dieses genau ein Nicht-Terminal steht immer ganz rechts. Egal, welche Regel wir anwenden, auch wenn wir da weitermachen, bleibt das der Fall. Bis wir irgendwann mal eine Regel anwenden, die dieses Nicht-Terminal entweder nur durch genau ein Terminal ersetzt oder durch das leere Board. Wir sehen außerdem, dass wir quasi in jedem Ableitungsschritt, den wir machen, ein neues Zeichen hinzufügen. Naja, mit Ausnahme der Epsilon-Regel dann natürlich nicht, aber ansonsten würde quasi jedes Mal genau ein Zeichen hinzugefügt werden und zwar ganz rechts. Und welches Zeichen wir da genau zufügen, das hängt von dem Nicht-Terminal ab, was eben ganz rechts steht. Dieses Nicht-Terminal, was ganz rechts steht, das wirkt so ein bisschen so wie ein Zustand. Also, das sagt, welche Zeichen können jetzt kommen. Und abhängig vom Zustand wird quasi rechts genau ein Zeichen angehängt. Und diese Analogie zeigt schon, dass das so ein bisschen aussieht wie bei endlichen Automaten. Und diese intuitive Idee, die ist auch tatsächlich richtig. Es gibt ein Theorem und dieses Theorem sagt einfach, eine Sprache ist genau dann regulär, wenn sie Chomsky-3 ist. Wir wiederholen hier nochmal, was eine Chomsky-3-Sprache ist. Sprache ist Chomsky-3, wenn es eine Chomsky-3-Grammatik gibt. Das heißt, es muss eine Grammatik geben, die genau diese drei Arten von Produktionen hat, die hier angegeben sind. Ich kann ein Nicht-Terminal ersetzen durch ein Terminal gefolgt von einem Nicht-Terminal oder ein Nicht-Terminal durch genau ein Terminal oder ein Nicht-Terminal durch das leere Wort ersetzen. Und wir haben schon gesehen, dass es eine Beziehung gibt oder dass es so ein bisschen ähnlich aussieht, diese rechtslinierer Grammatik wie ein endlicher Automat. Und das wird uns auch helfen für den Beweis. Wir gucken nämlich jetzt den Beweis an. Und in dem Beweis gibt es zwei Richtungen zu zeigen. Das ist ja eine genau dann-wenn-Aussage. Wir zeigen zuerst die Hinrichtung. Die Hinrichtung ist, wir nehmen eine reguläre Sprache. Wenn die Sprache regulär ist, dann gibt es einen endlichen Automaten. Wir haben ja schon gesehen, dass das so nach einer Beziehung wirkt zwischen endlichem Automaten und rechtslinierer Grammatik. Und deswegen gehen wir in den Beweis auch über den endlichen Automaten und nicht zum Beispiel über einen regulären Ausdruck. Also wir nehmen an, es gibt einen endlichen Automaten, der die Sprache akzeptiert, weil sie regulär ist. Dann geben wir diesem Automaten einen Namen, nennen wir A. Und wir fixieren schon mal, damit wir das hinterher auch sauber aufschreiben können, was dieser Automat hat. Der hat eine Zustandsmenge, ein Eingabealphabet, Transitionsrelationen, Startzustand und einen Endzustand. Und wir konstruieren jetzt eine Chomsky-3-Grammatik. Und diese Chomsky-3-Grammatik, die schreiben wir auch gleich formal hin. Und die Besonderheit, die erste Besonderheit, die wir sehen, ist, dass die Menge Groß-Q auch hier auftaucht, weil die Menge Groß-Q, die Zustandsmenge des Automaten, die erklären wir einfach zur Menge unserer Nicht-Terminalen, unserer Grammatik. Das Alphabet bleibt das gleiche, die Produktionen kommen später. Und hier ganz am Ende taucht das Q0 als Startsymbol auf. Also der Startzustand des Automaten wird einfach zum Startsymbol der Grammatik. Weil bei der Ableitung sind wir auch mit dem Startsymbol gestartet und der endliche Automat, der Start hier im Startzustand. Also das passt gut zusammen. Wir müssen jetzt noch die Transitionen hinzufügen oder betrachten und entsprechende Produktionen zur Grammatik hinzufügen. Und da gibt es ja nur eine Art von Transition. Das ist so eine Transition, bei der ich von Q nach Q' komme. Und dabei lese ich das A ein. Und immer wenn ich so eine Transition nehme, dann kann ich das in der Grammatik dadurch simulieren, dass ich so eine Produktion mache, die, wenn ich ganz rechts ein Q stehen habe, es mir erlaubt, ein A anzuhängen und da rechts davon ein Q' hinzuschreiben. Also das ganz rechte Q wird in der Ableitung ersetzt durch ein kleines A und ein Q'. Und damit habe ich quasi genau das gemacht, was auch die Transition tut. Jetzt muss ich noch das Akzeptieren irgendwie modellieren. Und das funktioniert dadurch, dass wenn ich einen akzeptierenden Zustand Qf habe, dann füge ich eine weitere Produktion hinzu, in der ich das Qf einfach durch Epsilon ersetzen kann. In der Satzform ist es ja so, ganz rechts steht immer der Zustand. Und wenn ich irgendwann akzeptieren möchte, wenn das Wort zu Ende ist, dann ersetze ich das einfach durch das leere Wort. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Wir haben hier so einen Beispielautomaten gegeben. Da oben. Und wir konstruieren jetzt dazu eine Grammatik, genau nach dieser Vorschrift. Das Erste, was wir angucken, ist, welche Zustände hat der Automat. Das sind drei Stück. Diese drei Zustände, die werden jetzt unser Alphabet von Nicht-Terminalen. Das werden unsere Nicht-Terminale. Also das Nicht-Terminale mit Q0, Q1, Q2. Das Eingabe-Alphabet ist AB, wie vorher auch. P kommt später. Und wir müssen noch den Startzustand abarbeiten. Der Startzustand ist im Automaten Q0. Das heißt, unser Startsymbol hier wird in der Grammatik auch Q0 werden. Jetzt gehen wir einfach alle Transitionen durch. Wir haben einen Übergang von Q0 mit dem A nach Q1. Deswegen fügen wir so eine Produktion von Q0, also so eine Produktion, Q0 geht über nach AQ1 hinzu. Gucken wir die nächste Transition an. Das ist von Q1 mit dem A zurück zu Q0. Gibt entsprechende analoge Produktion zurück. Von Q1 haben wir außerdem aber die Möglichkeit, mit dem B nach Q2 überzugehen. Deswegen kommt hier auch eine Alternative in die Produktion hinzu. Wir erlauben auch, das Q1 durch BQ2 zu ersetzen. Dann müssen wir noch die Schleife abarbeiten, von Q2 zu sich selber mit dem B. Und ganz am Ende müssen wir noch beachten, dass Q2 ein Endzustand ist. Deswegen fügen wir eine Produktion hinzu, Q2 geht über nach Epsilon, um die Ableitung beenden zu können. Und damit sind wir an der Stelle auch schon durch und haben die Grammatik konstruiert. Es fehlt jetzt noch der Beweis der Rückrichtung. Bei der Rückrichtung gehen wir ganz analog vor. Wir starten jetzt in dem Fall mit einer Grammatik und konstruieren uns einen Automaten. Wir starten also mit einer Grammatik. Da geben wir den Elementen wieder Namen. Das heißt, wir haben eine Menge von Nicht-Terminalen, das Alphabet Sigma, der Terminale, Mengen von Produktionen P und so ein Startsymbol S. Den Automaten, den wir konstruieren, schreiben wir auch entsprechend direkt hin. Das Erste, was wir definieren müssen, ist die Zustandsmenge. Und als Zustandsmenge nehmen wir jetzt die Menge der Nicht-Terminale. Die nehmen wir auch als Zustandsmenge, ganz analog wie in dem vorherigen Beweis. Und wir nehmen noch einen frischen Zustand hinzu, den wir später auch zum Endzustand machen. Und das ist QF. Warum brauchen wir den? Wenn Sie den Beweis der Hinrichtung, also den ersten Teil des Beweises genau angucken, dann sehen Sie, dass wir bei der Konstruktion der Grammatik, dass wir da eine erlaubte Regel gar nicht verwendet haben. Nämlich die Regel, die ein Nicht-Terminal durch genau ein Terminal ersetzt. Die haben wir gar nicht gebraucht. So eine Regel haben wir nicht erzeugt. Wenn wir jetzt aber umgekehrt vorgehen und mit einer Chomsky-3-Grammatik starten, dann könnte eine solche Regel vorkommen. Und deswegen müssen wir die irgendwie bearbeiten können. Und dafür werden wir diesen Zustand brauchen. Gehen wir einfach mal weiter in den verschiedenen Komponenten des Automaten. Das Alphabet Sigma ist wie das Gleiche. Delta kommt später. Starten tun wir mit dem Startsymbol. Und die Endzustandsmenge kommt auch später. Wie gehen wir jetzt vor? Wir gehen so vor, dass wir zuerst die normalen Produktionen, die wir schon kennen, abarbeiten. Also zum Beispiel so eine Produktion vom Typ A geht über nach klein a, groß b. Da fügen wir einfach eine Transition hinzu von A nach B mit dem kleinen a. Also A und B sind hier im Automaten die Zustandsnamen. Dann gibt es aber auch noch so eine Transition, die Groß A durch Klein A ersetzt. Und da ist es ja so, wenn das Groß A, das ist ja mal das ganz rechte Nicht-Terminal, das Einzige, was auch drin vorkommt, wenn wir das durch Klein A ersetzen, ist die Ableitung zu Ende und wir haben ein Wort erzeugt, was in der Sprache ist. Das heißt, der Automat müsste an der Stelle akzeptieren. Und das kann er ganz einfach dadurch tun, dass er das A einliest und in unseren neuen, frischen, akzeptierenden Zustand QF übergeht. Und deswegen muss QF nämlich auch akzeptierend sein. Und außerdem gilt, dass für jede Produktion, bei der ich das A durch das leere Wort Epsilon ersetzen kann, da mache ich A akzeptierend, weil man kann hier einfach aus der Ableitung das Groß A durch Epsilon ersetzen, damit ein Wort erzeugen, was in der Sprache liegt. Und ja, deswegen muss der Automat das an der Stelle dann auch direkt akzeptieren dürfen. Gucken wir hier auch wieder ein Beispiel an. Dieses Beispiel ist zufälligerweise auch genau das Beispiel, mit dem wir gestartet sind. Also wir haben hier eine Grammatik. Diese Grammatik ist G3. Und das Erste, was wir angucken müssen, um den Automaten zu konstruieren, ist die Menge der Nicht-Terminal. Das sind hier zwei Stück, Groß S und Groß A. Und diese beiden Nicht-Terminale machen wir zu Zuständen unseres Automaten. Und QF fügen wir noch hinzu. Und QF habe ich hier auch schon direkt als Endzustand markiert. Und als Startzustand habe ich schon markiert, dass S unser Startsymbol. Was wir weitermachen ist, wir gehen durch die verschiedenen Produktionen, die es gibt. Wir haben hier diese Produktion S geht über nach A, S. Deswegen gibt es hier den Übergang von S mit A nach S. Wir können aber auch S ersetzen durch kleine A, Groß A. Deswegen haben wir die Transition nach A. Außerdem können wir S durch das leere Wort ersetzen. Deswegen machen wir S akzeptierend noch. Dann haben wir diese Produktion abzuarbeiten. A geht über nach kleinen B, Groß A. Deswegen kommt eine entsprechende Transition noch in den Automaten. Und zum Schluss haben wir die Regel, die uns erlaubt, das Groß A durch ein B zu ersetzen. Und dann gehen wir einfach in unseren Zustand QF mit dem B von dem A aus. Und damit haben wir auch schon alle Produktionen abgearbeitet und unseren Automaten konstruiert. Was wir jetzt also gesehen haben ist, wie komme ich jeweils von einer Grammatik, von einer Chomsky-3-Grammatik zu einem endlichen Automaten und umgekehrt. Und daraus können wir sofort folgern, dass natürlich die beiden Sprachklassen gleich sind, die regulären und die Chomsky-3-Sprachen.